Moin! Herzlich Willkommen! Ja, diesmal sage ich nicht zurück, sondern zu einer Neuheit. Und zwar stehe ich kurz vor 300 Abonnenten, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme. Und ja, ich habe mir gedacht, wie kann ich mich für eure Treue und für euer Zuschauen mal bedanken. Ich habe immer wieder Fragen bekommen, wenn ich live gestreamt habe, ob man nicht mal mitspielen könnte. Und jetzt am Sonntag, am 18.03. um 18 Uhr ist es soweit. Ich mache einen mehr oder weniger offenen Multiplayer-Livestream. Das heißt, ich habe fünf Plätze zu vergeben in diesem Livestream. Bewerben könnt ihr euch entweder, indem ihr einen Kommentar in diesem Video hinterlasst. Ich habe hier unter diesem Video auch die Bedingungen, die ihr erfüllen müsst, um mitzuspielen, gepostet. Oder ihr könnt auch auf meine Facebook-Seite gehen. Dort habe ich eine Veranstaltung erstellt für diesen Livestream, für Sonntag 18 Uhr. Und da dann in den Kommentaren posten. Und ich werde am 18.03., also am Sonntag um 12 Uhr, werde ich die fünf Gewinner bekannt geben, die mitspielen können. Ihr bekommt von mir einen Link zu einem Dropbox-Ordner, wo ihr euch dann die ganzen Mods runterladen könnt, die ihr braucht. Das Einzige, was ihr euch noch selber besorgen müsst, das ist die nordfriesische Marsch-Vierfach-Map ohne Gräben in der Version 1.5 vom FedAction. Den Link habe ich aber auch hier unten in der Videobeschreibung mit drin. Und dann freue ich mich auf Sonntagabend und auf die fünf Gewinner. Ja, ich werde es übrigens per Zufall auswählen, wer mitmachen darf. Und ja, in diesem Sinne bedanke ich mich nochmal herzlichst für eure Treue und für diese 300 Abonnenten. Das ist noch keine drei Wochen her, dass ich 200 Abonnenten hatte. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Ich bin absolut geplättet. Jetzt stehe ich irgendwie bei 286 gerade zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Mal gucken, wie viel es denn am Sonntag sind. Und ja, ich sage dann ciao und wir sehen uns spätestens Sonntag.